Der Getränkekarton im Köln setzt schon schlimmer an Hol dir Getränkekarton aus dem Keller, sonst kannst du ihn ganz so scheiße wegschmeißen Getränkekarton im Keller, setzt schon schlimmer an Nimm dir einfach mal einen Moment und zieh den Getränkekarton an Getränkekartons im Keller sind nicht besonders gut aufgehoben, wenn der Keller feucht ist Getränkekartons im Keller Getränkekartons im Keller Getränkekartons im Keller Sind selten von Vorteil Es sei denn, man hat Durst und sonst nichts anderes im Haus, dann geht's Der Getränkekarton im Keller